Ja, wir haben heute hier vier Elektromobile gezeigt, die Grünen in Nordrhein-Westfalen, Johannes Remmel und ich. Das zeigt, dass Elektromobilität schon heute funktioniert, aber es kann eigentlich nicht sein, dass das Privatpersonen und Unternehmen sein müssen, die eine Selbsthilfegruppe gründen, sondern wir müssen eigentlich die Automobilkonzerne Deutschlands dahin bringen, dass sie sich auf diesen Weg machen. Und Nordrhein-Westfalen ist das Automobilzulieferland und wenn wir hier nicht rechtzeitig aufpassen, dann geht der Zug an uns vorbei. Deshalb müssen wir hier dringend was tun. Wir können selber als Land vorangehen, indem wir unsere Fahrzeuge zukünftig elektrisch bestellen oder indem wir überall an unseren Gebäuden Ladestationen auch einrichten. Aber darüber hinaus müssen wir unsere Forschungslandschaft zusammenbringen in einem Netzwerk. Eine eigene Marke aus Nordrhein-Westfalen ist nicht ein konkretes Fahrzeug, sondern konkrete Angebote für die Leute in unseren Städten, für die Handwerkerinnen und Handwerker, für Spezialanwendungen und eben für uns alle. Wir wollen Fortschritt und frische Luft miteinander verknüpfen, nämlich den Fortschritt, dass es Arbeitsplätze gibt in dem Bereich der Elektromobilität in Nordrhein-Westfalen und in Deutschland und nicht die Zukunft verschlafen wird. Und dass wir durch mehr Elektromobilität frische Luft in den Innenstädten sichern, damit die Menschen hier gut leben können und dass ein Massenmarkt wird und nicht eine Nische. Dazu wollen die Grünen in Nordrhein-Westfalen beitragen.